Unser nächster Gast gehört zu den alten Medienhasen. Es ist ein Kinderstar außer Dienst mit einem relativ frechen Plappermäulchen, das früher alles durfte. Es ist so der Sterntaler von Luxemburg, Desiree Nostbusch. Desiree, ich meine es ja fürchterlich, weil wir machen jetzt auch die Mode. Oder der eine Moderator lädt den anderen ein, aber du bist ja im Moment Moderator außer Dienst. Damit wir all diese Fragen über deine Vergangenheit mal ausstehen. Ich habe mir einen Lebenslauf von dir aufgeschrieben. Lebenslauf. Vater Lastwagenfahrer wurde entdeckt mit zwölf von einem Radioprinzen. Mit 13 von Radio Luxemburg wachgekützt. Mit 14 erste Fernsending, Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer hat das größte Mäulchen im ganzen Land? Mit 16 Hans im Glück beim Film. Und mit 18 zog sie aus, das Fürchten zu lernen. Und da sie nicht gestorben ist, sitzt sie ja hier auf meiner Couch. Habe ich irgendwas vergessen? Das ist ein sehr kurzer Lebenslauf, ja. Naja, ich meine, du hast eine Wahnsinnskarriere hinter dir. Ich meine, ist sie dir so buchstäblich in den Schoß gefallen? Oder wie kann man das überhaupt heutzutage so machen? Ich meine, es ist immer schwierig, im Nachhinein sich das nochmal so anzugucken. Und die Sachen, die du gerade vorgelesen hast, das sind die Sachen, die nun immer herausposaunt werden. Das sind immer die Zeilen, die in den Zeitungen stehen. Was man eigentlich wirklich ist oder was man will, weiß eigentlich keiner. Und das ist auch eigentlich dann ganz langweilig und nicht interessant. Aber du machst doch so eine W-Karriere, also Radio, Fernsehen, Film. Ich meine, das ist doch schon irgendwie, da stellt man sich doch schon was vor. Was kommt denn dabei raus? Ein großer Filmstar. Weiß ich, was dabei rauskommen wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall will ich sehr ernsthaft Schauspielerin werden. Und habe nun verstanden, dass das für mich der schönste Beruf dieser Welt ist. Und das mache ich gerade. Sag mal, in den letzten Jahren, oder vor zwei Jahren hast du ja in erster Linie von dir Reden gemacht, durch eine riesige Werbekampagne, den du für den Film Der Fan gestartet hast. Kommst du jetzt auf dieses berühmte Thema? Ich meine, es war so eine tolle Werbung, weil, also wenn einer immer so öffentlich sagt, also ich will diese Nacktszenen in diesem Film nicht, dann muss ich doch sofort in diesen Film reingehen und sie sehen, ne? Nein, ich finde, ich habe mal eine der ersten Personen, die ich interviewt habe, war vor vielen Jahren, Kurt Jürgens. Das ist so wie jetzt bei Blackie Fuchsberger, weißt du noch damals, als wir zusammen und so weiter. Nein, das lief ja auch hier beim WDR. Und ich habe ihn damals, als ich noch nicht solche Probleme hatte, gefragt, hör mal, wie ist das denn mit Nacktszenen? Macht man die oder macht man die nicht? Und er hat zu mir gesagt, weißt du, wenn das Drehbuch es erfordert und es für den Film wichtig ist, dann mach es. Und der Meinung bin ich auch. Aber du hast dich immer so beschwert, ne? Ja, was das Problem ist, ist das, was nachher die anderen daraus machen. In dem Falle, das ist nur ein krasses Beispiel gewesen, dass wir eben, ich meine, jetzt habe ich gelernt, ich lasse mir jetzt immer Verträge geben, ich will alles schwarz auf weiß da schielen, dann ist es nur traurig, dass es immer so weit kommen muss. Also man traut nicht mehr so schnell jedem Regisseur. Aber warum hast du denn dann kurz danach im Louis selbstfabrizierte Aktfotos verkauft, weil du das an sich auch nicht wolltest? Ich habe keine selbstfabriziert. Also ich habe das Louis aufgeschlagen und habe dich so in verschiedenen Posen gesehen und so weiter und so fort. Hast du? Das möchte ich gerne sehen. Ja, wie? Das sind alles... Da habe ich es nicht dabei. Das sind alles... Da waren Privatfotos dabei. Ja, das sind aber... Der Ursprung dieser Geschichte war so, dass eben eine Filmproduktion, Regina Ziegler, da will ich ganz einfach sagen, ihre ganzen Bilder, nachdem sie also merkte, dass ihr Film nicht läuft, die ganzen Nacktbilder, die sie hatte von einer 60-Sekunden-Szene rausschickte an die ganzen Zeitungen. Und damit Kohle gemacht hat? Und damit anscheinend sehr viel Kohle gemacht hat. Und diese Zeitung mich nun anrief und sehr ehrlich zu mir war und sagte, wir haben hier diese Bilder, was sollen wir damit machen? Und ich habe gesagt, fragt ihr mich, ihr werdet die jetzt in Hochglanz bringen. Und die sagten, nein, eben, das wollten wir vermeiden, können wir uns treffen und darüber reden. Und da sehr, sehr, sehr schlechte Bilder dabei waren unter diesen Filmbildern, habe ich gesagt, okay, machen wir einen Deal. Tauschen. Ich kriege die Filmbilder und ihr kriegt dafür ein paar Bilder, die ich einfach sehr schön finde. Gut. Also die haben dich ein bisschen erpresst, mit anderen Worten. Erpresst nicht, nein. Ich fand das gut. Deinen großen Fernseherfolg-Musikbox hast du ja aufgegeben, weil es so ein inhaltlicher Flachmann war. Also du hast immer gesagt, ich will diese flache Unterhaltung nicht haben. Dann habe ich mich doch sehr gewundert, dass du dann ein Jahr später, also in einer ähnlich flachen Sendung vom WDR produziert, Popkarton, glaube ich, dann doch wieder moderiert hast. Ich meine, der Grund, wieso ich die Musikbox aufgegeben bin, ist einfach, weil ich das Gefühl hatte, es war keine Herausforderung mehr. Und es stagnierte einfach, es ging nicht weiter. Und ich bin ein Typ, ich mag immer Sachen machen mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, dass sie gerne experimentieren. Deswegen bin ich auch heute aus New York gekommen, um das mit dir zu machen. Und mir ist lieber... Das tut doch gut, ich meine, es tut doch echt gut. Also um das zu Ende zu sagen, mir ist lieber ein experimentierfreudiger Popkarton als 100 festgefahrene Hitparaden. Gut, sag mal, täusche ich mich irgendwie, also ich meine, wir haben uns ja nicht mehr so oft gesehen, aber ich kann mich dieses Eindrucks nicht erwehren, dass du deine öffentliche Frechheit mit dem Zunahme deines Alters wiederum abnimmst. Also, dass die die Frechheit abnimmt mit der Zunahme des Alters. Nein, ich glaube einfach, man lernt die Sachen, die man sagen will, einfach ein bisschen besser zu formulieren, sodass die Leute sie einfach hören wollen. Also ist nicht mehr so die direkte Teenie-Frechheit. Nein, ich habe einfach gelernt, dass, indem man den Leuten also den Gips über den Kopf schmeißt, wie es dir am Anfang gegangen ist. Es bringt nicht viel, wenn man es aber sehr vorsichtig hier dahin tut. So, diesen hier, ja. Sag mal, hat das was mit der Wende zu tun? Ich meine, wir sind ja alle so ein bisschen vorsichtiger geworden. Mit was zu tun? Ja, wir haben so eine große Wende, du warst ja da drüben in den Staaten, da warst du es nicht so mitgekriegt. Ich meine, hier hat so eine politische Wende stattgefunden und man wird immer so vorsichtiger und so weiter. Ich weiß nicht, man verliert zu viel Zeit, einfach wenn man dann dauernd auf die Nase fällt und man muss dann wieder die Zeit, die darauf folgt, damit verbringen, den Leuten zu erklären, wieso man was gemacht hat. Also geht man vorsichtiger ran und verliert nicht mehr so viel Zeit. Was natürlich vor allen Dingen, glaube ich, also deine männlichen Fans interessiert und dazu habe ich auch noch eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Sag mal, du hast ja so einen Manager, ist das eigentlich dein fester, was war denn? War irgendwas? Ja, das war was. Die Frage interessiert mich wirklich brennend, wirklich. Also du hast ja so einen Manager, ist das eigentlich dein fester Freund? Ach, weißt du, ich finde das ein toller Typ, ne? Ja. Und ja, hat jetzt auch noch gerade einen neuen Haarschnitt, sieht noch besser aus. Das habe ich auch gesehen, ich habe ihn ja vorhin gesehen. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich einfach die Nase voll habe, jedem Menschen das zu erklären, weil die meisten Menschen einfach nicht verstehen, dass es auch freundschaftliche Verhältnisse geben kann, ohne eben dieses intime Sexuelle dahinter zu sehen. Aber da die meisten Menschen es nicht verstehen, habe ich einfach keinen Bock mehr, das zu erklären. Okay. Du bist nach Amerika abgehauen, sag mal, war das so eine rechtzeitige Flucht vor der Raketenstationierung? Oh! Ich habe die kleinen Russen auf meinem Held. Das hat aber nichts Politisches zu tun. Nein, nein, nein. Äh, nein. Ich bin, naja, es war vielleicht die Flucht vor was anderem, als jetzt den Raketen. Also du lernst aber da doch, du bist dort in der Schauspielschule, ne? Ich gehe, ja, seit anderthalb Jahren gehe ich da zu einer Schauspielschule. Und, ähm, ich meine... Da lernst du Schauspielern? Ja. Also ich meine, du lernst dann sich das, was du vorgegeben hast, vorher schon zu können, oder hast du ohne Können in den vorherigen Filmen gespielt? Ich glaube, die vorherigen Sachen waren einfach Sachen, die ich eben nur spontan machen konnte, weil ich nicht... Das war ein wunderschönes Gespräch. An sich sollte ich jetzt wieder zu diesem Umschaltpult gehen, aber, äh, ich glaube, es... Ja, mal gucken, wie die Frauen... Nein, 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 wir machen das jetzt mal per Fernschaltung. Also, wir schalten um. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord in den... Singt keiner mit, doch. Ah, ist genau, einer singt mit.